Dann können wir starten. Herzlich willkommen zu unserer PK nach dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Ich grüße ganz besonders die beiden Personen hier an meinen Seiten. Christian Fjell, den Cheftrainer unserer Gäste und natürlich auch unseren Chefcoach Horst Steffen. Es ist gang und gäbe, der Chefcoach der Gäste darf zuerst. Christian Fjell, bitte schön. Schönen guten Tag. Ja, ich glaube, wir haben eine ausgeglichene erste Halbzeit gesehen. Wir wussten, was uns erwartet, wollten gegen die Spielstärke von Elversberg, wollten wir das Zentrum ein bisschen kompakter halten, sie nicht ins Zentrum lassen, sondern den Pass nach außen attackieren. Ich glaube, vor allem am Anfang haben wir das ganz gut gemacht. Es sind dann immer wieder auch Richtung gegnerischer Box gekommen. Ich glaube, da waren wir das ein oder andere Mal mehr als der Gegner und deshalb war ich da zufrieden. Was wir trotzdem, was uns heute auch wieder passiert ist, ist der ein oder andere Fehler zu viel, wo wir mal aus dem Druck rauskommen und die andere Seite finden müssen und uns dann der Ball verspringt oder wir treffen ihn nicht richtig oder treffen die falsche Entscheidung. Da hätten wir es uns vielleicht ein bisschen leichter machen können und noch die ein oder andere Chance für uns kreieren können. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gedacht, wir lassen den Gegner erst mal alleine spielen, glaube ich, am Anfang. Da waren wir nicht da und da haben wir, sage ich Ihnen jetzt auch kein Geheimnis, wenn ich das klar so sage, dass wir da auch das ein oder andere Mal das Glück auf unserer Seite hatten. Trotzdem gehen wir dann in Führung mit einer Situation, wie wir sie immer wieder haben, wie wir sie immer wieder kreieren wollen. Nämlich, dass wir nach Ausnahmen versuchen, hinter die letzte Kette des Gegners zu kommen. Und dann ging es darum, diese drei Punkte irgendwie noch über die Ziellinie zu bringen und das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, so im Groben ist es zusammengefasst. Drei Punkte, die uns unheimlich gut tun nach den letzten drei Spielen, die wir nicht erfolgreich gestalten konnten. Dann bleibt mir nur noch, Horst, dir und deiner Mannschaft alles Gute zu wünschen und euch allen dann, weil wir uns nicht mehr sehen werden, eine frohe Weihnachtszeit. Dankeschön. Dankeschön, Horst. Ja, vielen Dank. Ja, ich fand, dass wir bei den ersten 20 Minuten nicht so ganz da waren, nicht so ganz im Tempo waren, auch hin und wieder in Zweikämpfen, da können wir richtig hingehen, um Bälle zu Erobern nicht wirklich da waren. Das wurde dann im Laufe der ersten Halbzeit besser, sodass ich das Gefühl hatte, wir kriegen das Spiel immer mehr im Griff hatten, aber eben auch zu Beginn diese Situation immer vom Gegner zu überstehen. Aber wir wussten, dass sie schnell umschalten können und auch immer wieder torgefährlich sein können. Das war bis zur Halbzeit dann eben so, dass wir das etwas besser im Griff hatten. Nach der Halbzeit war klar, dass ich noch mal mehr Aktivität von unseren Jungs gefordert habe. Das haben wir dann auch auf den Platz gebracht, mit Situationen, die wir dann wirklich auch sauber gespielt haben, mit Abschlüssen, wo Martena sich auszeichnen konnte. Das Ding von Stelly eben auch noch, wo du sagen kannst, wenn du da einzeln in Führung gehst, werden wir es wahrscheinlich gewinnen, weil wir doch ja sehr, sehr dominant aufgetreten waren in der Phase. Aber ja, als die Tore nicht fallen und das Tor nicht gefallen ist, hat man gemerkt, dass es immer mehr auch Kontosituationen gab, ein bisschen Ungenauigkeiten bei uns gab. Und dann ja, auf der Seite eben zum Gegenteuer haben wir dann Spiel und Gehen nicht mitgenommen und dementsprechend mussten wir dann 0-1 kassieren. Ja, ich bin eher traurig darüber. So fühlt sich das gerade an. Jetzt, weil ich einfach das Gefühl hatte, wir können unseren Zuschauern hier zu Hause noch mal zum Abschluss einen Sieg präsentieren und schenken. Die Jungs haben trotzdem noch mal alles versucht, auch Abschlüsse noch in den Schlussminuten gehabt. Ich glaube, das war ein Thema heute, dass wir einige Abschlüsse hatten. Einige wurden geblockt in der ersten Halbzeit und andere waren dann eben auch nicht genau genug, segelten irgendwie übers Tor in der zweiten Halbzeit. Dementsprechend hat Nürnberg dann eben 1-0 gewinnen können gegen uns. Nichtsdestotrotz ist es ein Spiel gewesen, wo ich sage, die Mannschaft hat das ordentlich gemacht, war unterwegs, hat alles versucht, um das Spiel irgendwie noch dann auch zumindest einen Ausgleich zu schaffen. Und ja, das ist völlig in Ordnung. Wir haben jetzt zwei Spiele gehabt, wo wir nicht unbedingt glücklich aus der Partie gehen haben, zwei Spiele verloren. Und jetzt fahren wir nach Karlsruhe und wollen im letzten Spiel noch mal zeigen, was wir können und dann eben auch punktemäßig was mitnehmen. Ich danke Ihnen und den Heimfans. Danke für die Unterstützung, für ein tolles Jahr 2023 hier. Ich glaube, es ist angekommen, dass da eine Verbindung besteht zwischen Fans und Mannschaft und dementsprechend freue ich mich über die Resonanz auch nach dem Spiel, dass sie uns noch gefeiert haben. Ja, wir werden alles dafür tun, dass es auch 2024 so aussehen wird zu Hause, dass wir ein bisschen mehr Punkte holen, als die Bilanz gerade im Moment ist. Dankeschön. Dankeschön, Horst. Wir haben das Mikrofon noch mal vorbereitet. Sie dürfen also gerne noch Fragen stellen. Kurzes Handzeichen und dann reichen wir. Rohn. An beide Trainer, Heiko Lehmanns, Brücker Zeitung, der Torwartwechsel war nicht unbedingt entscheidend, aber nach dem Torwartwechsel war alles anders. An Herr Fjell, warum hat das so lange gedauert? Und an Herr Steffen war es ärgerlich, dass es so lange gedauert hat? Es hat so lange gedauert, weil der Junge sich komplett Motor anziehen musste. Und deshalb, ja, ich kann nichts anderes sagen, es war kein Plan dahinter irgendwie, aber die Zeit hat es gedauert, dass er sich fertig macht und dann auf den Platz geht. Ärgern ist falsch. Natürlich hätte ich gerne die Pause nicht bekommen, weil wir gerade im Rhythmus waren und das dann so ein paar Minuten, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, dann vielleicht auch mal ein bisschen Rhythmus brechen können. Das kann sein, aber letztendlich war es von meiner Seite dann eben auch nicht zu verhindern und dementsprechend ärgere ich mich auch nicht darüber. Andreas Ahrens vom Trierischen Volksmund. Herr Fjell, können Sie was Genaues zur Verletzung von Martenia sagen? Ich glaube, dass es was Muskuläres ist. Also er hat es nochmal versucht, aber er sagte dann irgendwie, er hat einen Stich gespürt, dass irgendwas mit dem Muskel ist. Und deshalb glaube ich, dass Chris Martenia heute in den Weihnachtsferien ist. Vielleicht noch direkt eine zweite Frage. Mit der Reihnahme von Lukas Schleimer habe ich den Eindruck gehabt, dass mehr Struktur in Ihrem Mittelfeldspiel kam. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Ich weiß nicht, ob Struktur war, aber auf jeden Fall hat er uns nochmal ein bisschen mehr Intensität gegeben. Vor allem, wenn wir dann den Ball auch gewonnen haben, war er oft in diesen gefährlichen Situationen dabei. Und ja, im letzten Spiel hat er einen müden Eindruck auf mich gemacht. Deshalb habe ich ihn heute erstmal draußen gelassen. Umso mehr freue ich mich, dass er dann nach seiner Einwechslung so performt hat. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Herr Steffens, es gab jetzt zwei Spiele mit fünf Gegentoren. Macht man da, dann war es anders. Danach, nach dem ersten Spiel, war es ja eine gute Phase. Jetzt heute war es jetzt noch nicht so gut. Aber im Spiel ist ja dann so, dass man dann erstmal vielleicht stabilisiert bringt. Und das hat ja gut geklappt, fand ich bis bald in die zweite Halbzeit. Ja, also wir haben nicht viel anders gemacht als in Berlin, muss ich sagen. Wir haben ordentlich verteidigt jetzt. Und das haben wir in vielen Spielen auch geschafft. Ich glaube, die Entstehung der Tore in Berlin, das ist auch allen bewusst irgendwie, wie die zustande kamen. Da brauchen wir nicht nochmal drüber reden. Und dann kriegst du halt auch mal fünf. Wir sind in der Liga, wo das passieren kann. Aber es hat nicht unbedingt den Spielverlauf entsprochen. Und dementsprechend bewerte ich diese fünf Gegentore jetzt nicht so hoch, wie das damals gegen die Fortuna war. Da war das Spiel einfach auch grottenschlecht von unserer Seite und nicht gemeinschaftlich. Und das Spiel gegen Berlin bewerte ich anders. Und die Jungs haben das heute wieder besser gemacht. Und trotzdem müssen wir einfach in der Liga anerkennen, auch gegen Nürnberg anerkennen, die so gute Fußballer hat, dass da immer mal was Richtung Tor gehen kann und auch mal ein Gegentor fallen darf. Ich glaube, das ist für uns klar. Wir wissen, wie gesagt, wo wir herkommen und wollen natürlich auch nach vorne hin immer wieder was machen, aber auch hinten immer wieder die Null halten. Und trotzdem haben wir, glaube ich, viele Angriffe unterbinden können, mit unserer Art und Weise zu verteidigen. Und wenn sie dann mal durch sind, haben wir halt mehr Raum. Und das ist sicherlich ein Thema. Und ja, wie gesagt, ist das Hertha-Spiel eher so eine Ausnahme, wo ich seit Dauer an unglückliche Dinge, die dazu führten, auch das war fünf Tore kassiert hat. Gibt es noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, schließe ich mich den Wünschen an. Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Kommen Sie alle gesund ins neue Jahr. Für euch ganz besonders nur gute Heimreise. Wir sehen uns dann im Rückspiel in Nürnberg. Bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss.